Musik Okay, kommen die alle rein hier? Party kann gleich beginnen. Tschüss. Okay, tschüss, Maxi. Niklas, nicht töten. Du musst auch hören auf dem Wort. Drei, zwei, eins, go. Oh, Negoschottersicht. Oh, er ist schon gestorben. Oh, Mist. Da liege ich so einfach dahin. Hackfleisch. Parcours, Familie ist Hackfleisch am meisten. Okay. Habt keine. Ach, egal. Man konnte auch was anderes nehmen, wenn man das innen nicht hat. Ein Hammer oder sowas. Gut. Jetzt ist das Event noch kein Event. Aber wir können uns langsam vorbereiten, Leute. Auf einen neuen Event, wenn das gleich kommt. Das wisst ihr gleich. Und danach lade ich euch alle ein. Ich hab eine selbst erstellte Crash-Challenge. Die ist richtig hammergeil. Ich schlag hier von außen. Ach so. Oh. Naja. Amako hat mich immer gekillt. Ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid. Aber das seh ich dann im Video. So. Wo ist mein Auto? Hör mal. Ich zerstör mal die Fahrzeuge, die hier sind. Ich hab mein Motorrad. Ich hoffe gleich irgendwas mit dem Motorrad. Zerstör mal die Fahrzeuge in dem Ding da hinten drin. Guck mal mein Auto. Ach so. Da war irgendwas mit dem Auto. Nicht schlagen, Leute. Das muss ja nicht sein. Sag ich immer wieder. Ja, das machen wir jetzt. Eine Crash-Challenge. Zerstört das die Autos da vorne. Schön. Alles kaputt. Motorrad holen. Du schaffst mir nicht mal was. Kura. Ich muss dir was zeigen gerade. Okay. Okay. Mein Name des Kanals steht auf dem Profilbild. Auf meinem PS4 Profilbild. Da steht der Pictures drauf. Kein Event. Okay. Dann machen wir jetzt meine Crash-Challenge. Wenn jetzt keine kommt. Jobs. Meine Jobs. So. Kommt alle bei. Alle beitreten. Können wir als Sniper als Striper. Ja, aber nicht mal heute. Machen wir dann nächste Woche. Ja, Marco? Das ist jetzt das letzte Spiel für heute. Ich habe heute nicht mal ganz so viel Zeit. Schließen. Warten wir noch alle rein. Alle reinkommen hier. Mal sehen, wer gut genug ist für dieses Crash-Challenge, Rennen, was auch immer das ist. Ja, mit ganz vielen ist es lustig. Auf jeden Fall. Wenn die ganz voll ist, wird es noch lustiger natürlich. Ist auch immer so ein Ding. Wie viele Leute man hat dafür. Umso mehr Leute bei diesem Rennen mitmachen, umso lustiger wird es. Ja. Das wird lustig. 22 Sekunden noch. Da wird was auf uns zukommen. Ne, Bakura? Auf dich auch. Ja, natürlich. Und dann, ja, werde ich da nicht durchkommen. Natürlich werde ich mal natürlich wieder nicht Erster sein. Aber egal. Mitmachen ist alles. Ja, manchmal sehe ich das auch so. Okay. Neun Leute. Ja, aber wäre noch besser. Ein Drittel. Machen mit. 35. Fast ein Drittel. Neun. Neun. So, was nehmen wir denn hier? Der Sultan ist zur Empfehlung. Den würde ich nehmen. Den nehme ich auch. So, Start. Dann landen wir hier. Das ist nur ein Bakura's Familie. Und alle sehen ganz komisch aus hier. Bei wem landen wir? Ja, bei diesem Typ hier. Hier, wer ist da in einem komischen Bad? Oh ja, fast alle haben den genommen. Ach ja, der hat den zum Tor noch genommen. Das wird aber nichts. Hier guckt mal nach hinten. Alles abgesperrt. Da kommt niemand rein oder raus. Mal gesehen. Humor kommt jetzt. Humor. Das ist ja gesagt. Niemand kommt hier durch. Nur eine Frau steht da. Schnell durch. Viel Gas. Viel Gas, Bekurrer. So kommen die anderen. Mal sehen. Wer wird erster? Das sind fünf Runden. Oder sowas. Ja, ihr müsst mit dem Uhrzeiger. Nicht gegen den Uhrzeiger. Natürlich. Dritter bin ich. Warum bin ich Dritter? Ja, Zweiter. Ja. Na, Dr. Kast. Dich hole ich mir. Warte. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Nein. 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 Oh, Glückwunsch. Ich muss ihn noch einstellen. Ich muss er noch ein bisschen einstellen. Sultan ist ja immer am besten. Oh, schon letzte Runde. Ja. Ich muss ihn. Ich bin dritter Chaos. Fahr, Fahr. Nein, noch mal, noch mal So ein Mist Ich war erster Nochmal Vierter bin ich jetzt Aber alle werden sie natürlich da runterfallen Ja Was ist der Weg Nein Nein Da vorne noch nicht Wo war das denn jetzt Oh, das ist knapp Gas Kinn ist da vorne Oh, schon erster Einer schaut schon zu Hier muss man langsam fahren So, geschafft Oh, dritter Ja Dritter Yeah Leider nicht erster Dr. Chaos war er, glaube ich, erster Aber nicht beim ersten Mal Man muss wirklich langsam da hochfahren Sonst fällt man runter Das ist wirklich geil Hammergeil Ja Dann gucken wir gerade Die Kim hier Ist auch runtergefallen Das ist schwer Natürlich ist das schwer Aber Das ist geil Wenn richtig viele mitmachen Dann kommt man da immer fast gar nicht durch Sollte ich, glaube ich, noch ein paar Runden mehr machen Muss ich ein paar Sachen abbauen Egal, Zeit ist um Oder Ja, dritter Okay Das war's, meine lieben Zuschauer Von dieser Staffel Dann bis zum nächsten Mal Danke fürs Einklicken Und Wer ist erster? 2000 Was? Habe ich jetzt nicht ganz gesehen Aber Eine Menge Geld Okay Portrits Portrits Okay Ciao Leute Coco ben Wie geht es dir zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal